Peter Paul Ibsen an Bord Land Zet 1. Ich rufe Orion. Commander McLean, bitte melden. Peter Paul Ibsen spricht auf Land Zet Bordregistrator. Bin aus mir unerklärlichen Gründen vom Kurs abgekommen und habe einen mir unbekannten Asteroiden aufgesetzt. Kursabweichung 12 Grad. Ich versuche Rückstart zur Orion. Da nach wie vor keine Sprechverbindung zur Orion spreche ich weiter auf Bordregistrator. Auch Startversuch mit Notstartanlage misslungen. Der Asteroid, auf dem ich mich befinde, weist laut Druck- und Sauerstoffmesser erdähnliche Bedingungen auf. Ich steige aus, um Bodenbeschaffenheit zu untersuchen, da vermutlich darin die Ursache der Startschwierigkeiten liegt. Ende. Untertitelung des ZDF für funk, 2017